Herzlich Willkommen zu einem erneuten Video. Heute möchte ich dir mal ein extrem wichtiges Thema näher bringen und zwar Kalkulieren der Preise. Das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme und da möchte ich mir mit diesem Video zeigen, wie ich meine Preise kalkuliere. Und dazu gehört natürlich auch der Stundenverrechnungssatz. Was ich dazu vorher sagen muss, ich schneide jedes Thema nur mal kurz an, weil du musst dir da wirklich Zeit für nehmen. Nimm dir am besten den ganzen Tag Zeit, um einmal vernünftig deinen Stundenverrechnungssatz auszurechnen, um dann auch das in dein Rechnungsprogramm, in meinem Fall PlanCraft, mit einzuarbeiten, dass du wirklich, wenn du ein Angebot erstellst, alles ready hast und so ein angebotener Helm nur noch 5 Minuten dauert und du das dann am Kunden rausschicken kannst. Sei mir nicht böse, ich habe hier mein kleines Tablet, da habe ich mir Notizen drauf gemacht, damit ich meinem roten Faden nachgehen kann und da es doch sehr komplex ist und ich nichts vergessen möchte, lese ich hier auch mal die ein oder andere Zeile ab. Als erstes schneide ich mal die Stundensatzkalkulation an, die besteht aus drei Schritten und zwar einmal Jahreskostenberechnung, dann als zweites produktive Stundenberechnung und als drittes dann den Stundenverrechnungssatz ausrechnen. Jahreskostenberechnung, das bedeutet, du musst deine Kosten kennen, all deine Kosten, all dein Geld, was vom Konto geht, musst du wissen, denn das muss schließlich vom Kunden getragen werden. Wenn nicht, dann gehst du halt immer Stück für Stück ins Minus und irgendwann ist deine Firma dann pleite. Somit ist es dann extrem wichtig, dass du deine Kosten bis auf einen Cent genau kennst, wenn du es richtig gut machen möchtest. Da fällt zum Beispiel rein Personalkosten, Raumkosten, Versicherung, Kfz-Kosten, genauso wie Reparaturen und Instandhaltung, auch Zinsen, falls du einen Kredit aufgenommen hast, Kosten der Warenausgabe oder auch sonstige Kosten. Wie gesagt, schau, wo die Kosten hingehen und die musst du dir einmal alle aufschreiben. Als zweiten Schritt musst du dir deine produktiven Stunden ausrechnen. Denk dran, Anwesenheit ist nicht gleich produktive Stunde, sprich, wenn du jetzt, ich spreche jetzt von einem Ein-Mann-Betrieb, also von dir selber, wenn du deinen Stundenverrechnungssatz ausrechnen möchtest, du bist um sieben bei deiner Halle und packst dein Auto eine halbe Stunde lang, dann telefonierst du noch mit dem Kunden zehn Minuten lang, dann fährst du noch 20 Minuten zur Baustelle und zwischenzeitlich hältst du noch kurz beim Bäcker an, für zehn Minuten holst du dir dein Frühstücksbrötchen. Dann bist du nicht acht Stunden produktiv, sondern wenn du da morgen schon eine Stunde rumdödelt, sage ich mal auf deutsch gesagt, dann bist du nur noch sieben Stunden produktiv. Und du machst ja auch noch Pause am Tag und fährst vielleicht nochmal eine halbe Stunde früher von der Baustelle weg, um zu einem anderen Kunden zu fahren, um da nochmal eine Baustelle anzuschauen. Also bist du im Endeffekt am Tag nur sechs Stunden produktiv, das musst du unbedingt beachten. Und das ist auch komplett individuell für jeden, jeder hat da eine andere Vorgehensweise, der andere sagt, pass auf, ich mache einen ganzen Tag, Freitags Angebote schreiben und Baustellen anschauen, der andere nimmt sich eine Stunde am Tag Zeit, dann musst du halt für dich sehen, was am besten ist. Dann rechnen wir uns die Nettoarbeitstage aus. Das bedeutet, wir nehmen die ganzen Tage von einem Jahr, ich sage jetzt mal 365 Tage, davon ziehen wir ab einmal die Wochenenden, einmal den Urlaub, dann auch die Feiertage und Krankheitstage ziehen wir auch noch mit rein. Du weißt ja selber, wie oft du krank bist, also ich bin sehr wenig krank, ich rechne damit fünf Tagen im Jahr und dann hast du deine Nettoarbeitstage im Jahr und da sage ich jetzt mal ungefähr 220, 230 Tage. Jetzt passiert die ganze Magie, jetzt nimmst du nämlich deine Jahreskosten und rechnest die durch die produktiven Stunden und hast somit deinen Stundenverrechnungssatz. Aber Vorsicht, mit dem Stundenverrechnungssatz deckst du nur deine laufenden Kosten und hast noch keinen Gewinn. Damit müssen wir noch addieren, Wagnisgewinn, eventuelle Rabatte, falls du das Konto geben möchtest und natürlich die Umsatzsteuer, damit du damit dann deinen Bruttostundensatz hast. Und wenn du das einmal ausgerechnet hast, bist du schon einen ganzen Schritt weiter. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du das gemacht hast und das auch mal wieder anzupassen. Sprich, du kaufst dir mal eine Maschine, die du finanzierst, ein Erdesgerät oder du brauchst noch ein zweites Auto, was du finanzieren musst, dann musst du deinen Stundenverrechnungssatz anpassen. Du musst noch mal neu rechnen, das ist immer ganz wichtig, was ich dir noch hier mitgeben möchte. Und wenn du den Stundenverrechnungssatz hast, dann kommen wir ins Programm. So, wie schon anfangs erwähnt, ich nutze ja die Software Plankraft. Schnelle Angebote und Rechnungen kannst du auf jeden Fall nicht schreiben. Also wenn du auf der Suche bist nach einem Rechnungsprogramm oder einfach ein besseres Rechnungsprogramm haben möchtest, dann schau unbedingt mal bei Plankraft vorbei. Ist unten in der Infobox verlinkt. Einfach mal eine kostenlose Demo bei den Jungs anschauen. Wirklich sehr kompetentes, sehr nettes und junges Team. Macht wirklich Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das Programm, was sie auf die Beine gestellt haben, ist einfach Erste Sahne. Du hast hier eine Plantafel, du kannst deine Zeiten, du kannst deine Stammdaten eintragen und so weiter und so fort. Wenn du da noch weitere Infos zu haben möchtest, schreib das gerne mal in die Kommentare. Ich kann da gerne nochmal ein separates Video zu machen zu den einzelnen Punkten. Wie gesagt, musst du einfach nur mal in den Kommentaren reinschreiben. So, wenn du das Programm öffnest, sieht das Ganze so aus. Sagen wir mal, du bist da gerade Neukunde und möchtest dir jetzt da mal einen Überblick verschaffen. Dann gehst du hier unten erstmal auf Einstellung. Dann hast du hier Kalkulation, Lohnkosten. Und da kannst du all das eingeben, was wir gerade penibelst ausgerechnet haben. Beziehungsweise was du hier penibelst ausgerechnet hast. Trägst das hier alles schön säuberlich ein. Zuschlag setzte kannst du hier auch nochmal machen. Auf Material 5%, Gerätebenutzung, Fremdleistung etc. pp. Kannst du da auch nochmal alles separat einstellen. Das ist der erste Punkt, den wir machen. Dann gehen wir hier links rüber zu den Stammdaten. Und dann siehst du, hier ist schon ein bisschen was eingepflegt. Kurz vorab, das ist ein Account, der mir von PlanCraft zur Verfügung gestellt worden ist. Alles, was da drin steht, Preise, Namen, Adressen, ist alles frei erfunden. Also sprich, hier ist nichts der Wahrheit. Allein schon wegen Datenschutzgründen, ganz klar. So, links hast du jetzt hier einen Ordner mit meinem Material oder Data Norm Kataloge. Ich hoffe, Data Norm Kataloge sagt dir was. Dann kannst du die einfach hier einpflegen. Du siehst jetzt hier ist M plus Caparol 44.119 Produkte eingepflegt. Wenn du die Produkte eingepflegt hast, kannst du hier auch gleich die Zusätze steuern. Sprich, entweder gehst du hier auf die drei Punkte, weitere Optionen, Zusätze festlegen. Wenn du sagst, pass auf, ich möchte überall einen Gewinn von 15% haben, kannst du hier auch übernehmen machen. Und dann hat er das auf alle 44.119 Produkte angewendet. Wenn du jetzt irgendwelche Produkte hast, wo du jetzt sagst, keine Ahnung, hier Safety Cutter Messer. Das ist auf dem Markt viel teurer. Ich bin viel zu günstig. Dann kannst du aber auch separat hier reingehen und einfach hier sagen, pass auf, ich nehme jetzt hier 25%. Bin immer noch günstiger als alle anderen, aber jetzt auch nicht so günstig. Wie gesagt, kannst du auch, wenn du Produkte hast, die du sehr oft anwendest, wenn du eine Lieblingsfarbe hast oder Farbe, die du halt immer verwendest, kannst du halt unter Mein Katalog, siehst du ja, und die einfach einpflegen, dann hast du noch einen schnelleren Zugriff und kannst hier genau dasselbe machen. Kannst natürlich oben auch noch einen neuen Ordner erstellen, das ist auch kein Problem. Dann siehst du hier oben die Leistungen und das ist das, wo wir mit kalkulieren. Gehst hier oben auf Leistung und wir erstellen jetzt einfach mal etwas Neues. Kannst hier oben rechts auf Neue Leistung und wir sagen jetzt mal, auch wenn es da schon steht, ein schönes Beispiel, lackieren. Bums. Kannst auch noch einen Langtext einfügen, wenn du da noch mehr zu schreiben möchtest. Aber das machen wir jetzt mal nicht, das ist momentan irrelevant und können hier dann einfach mal den Quadratmeter eingeben. Dann können wir hier unten noch einen Schalter betätigen, Preis kalkulieren. Einmal Lohn. Jetzt musst du natürlich auf der Baustelle wissen, wie lange du was lackierst. Also sprechen wir jetzt mal von Türen lackieren. Wie lange brauchst du den Quadratmeter für Türen lackieren? Wenn du das nicht weißt, musst du dich da wieder rantasten. Also sprich, du nimmst einfach mal ein Türblatt, lackierst das Türblatt durch und dann weißt du, wie lange du dafür gebraucht hast. Ist alles aufwendig, aber so ist es nun mal. Du kannst natürlich auch einfach einen Richtwert nehmen und dann mal schauen, ob es geklappt hat oder nicht. Aber wenn du schon mal eine Baustelle hast, wo Türen lackierst und das dann mit deinem Richtwert das erste Mal geklappt, dann schau trotzdem nochmal nach, stoppt dir die Zeit, wie lange brauchst du, um eine Tür zu lackieren. Ich sage jetzt einfach mal, pro Quadratmeter viereinhalb Minuten rein fürs Lackieren. Dann haben wir hier schon mal den Lohn ermittelt. Dann können wir hier noch Kosten hinzufügen und da können wir dann das Material hinzufügen. Beschreibung, wenn ich jetzt hier mal Lack eingebe, dann werden wir wahrscheinlich bombardiert. Hier haben wir nämlich die ganzen Lacke, die wir eingepflegt haben in unser Data-Norm-System. Und ich nehme jetzt einfach mal hier den hier mit, wir brauchen da jetzt, ich sage mal, 3 Liter. Und dann siehst du, wir haben 34,32 im EK. Und hier unten rechnet er wieder 2% zu, können aber hier auch mal sagen, 2%, du, die Preise haben sich gerade erhöht. Jetzt müssen wir aber 8% nehmen, können wir es da auch nochmal ändern. Dann siehst du hier die Summe, ach nee, Quatsch, das stimmt ja gar nicht, was ich erzähle. Wir brauchen ja keine 3 Liter den Quadratmeter, sondern den Quadratmeter brauchen wir 0,175 Milliliter. Habe ich mich gerade vertan. So, und jetzt haben wir den Quadratmeterpreis raus. Der Quadratmeter kostet dann hier VK 16,30 Euro. Und das können wir dann hier einmal speichern. Und somit habe ich meinen Preis kalkuliert. Also wenn ich irgendwas lackieren muss, brauche ich nur noch das in mein Angebot reinschieben und habe es dann. Das können wir mal kurz machen. Ich gehe in die Projekte rein. Das sind die Projekte, die mal hier alle angelegt worden sind. Tisch lackieren, man steht hier sogar. Aber wir erstellen mal ein neues Dokument. Neues Dokument, Angebot. Als Blanko mache ich jetzt mal. Dann haben wir alles. Dann können wir hier rechts auf Suchen gehen. Auf Leistung, meine Leistung. Und dann habe ich hier lackieren 16 Euro den Quadratmeter. Schmeiß das hier rein. Den können wir mal weglöschen. Und wir sagen, wir sollen 15 Quadratmeter lackieren. Kostet 244,50 Euro. Speichern. Und schon haben wir es alles fertig. Du kannst auch immer noch mal, wenn du jetzt sagst, pass auf, hat sich wieder was geändert. Außendienst hat gerade angerufen. Ist teurer geworden oder du hast gemerkt, die Zeit passt gar nicht mehr. Ich bin ein bisschen langsamer oder du merkst, die Tür ist profiliert oder der Schrank ist profiliert. Egal was, du kannst hier halt auch noch mal immer steuern. Pass auf, jetzt brauchen wir zwei Minuten länger. Wir können das denn hier noch mal ändern. Und die Fläche ist ein bisschen rauer. Wir brauchen 0,2. Kannst du hier dann auch alles noch mal ändern. Und drückst hier halt auf Speichern und dann siehst du, der Preis wird angepasst. Und so kannst du das hier einmal komplett alles, deine Leistung eintragen. Ist beim ersten Mal vielleicht ein bisschen mühselig, denkt man. Aber wenn du dein erstes Angebot schreibst und da jetzt schon drei verschiedene Arbeiten drin hast. Einmal abdecken, einmal Wände streichen und einmal Türen lackieren. Dann hast du da die drei Positionen schon einmal bei deinem ersten Angebot erstellt. Beim nächsten Angebot brauchst du die drei Sachen gar nicht mehr erstellen, sondern einfach nur noch reinziehen. Und wenn du das nächste Angebot schreibst, sind da zwei Positionen, die du vielleicht noch nicht hast. Dann kannst du die wieder manuell einpflegen. Und bei dem nächsten Angebot hast du dann schon fünf Positionen. So und bei deinem zehnten Angebot würde ich mal behaupten, hast du dann all deine Positionen drin. Und dann geht es rucki zucki, du kannst einfach deine Leistung reinziehen und hast immer einen perfekt kalkulierten Preis. So, das war ein kleiner Einblick in die Kalkulation. Ich hoffe, dieses Video konnte dir ein bisschen weiterhelfen oder auch einen kleinen Einblick verschaffen, wie ich da vorgehe. Ist halt ein Riesenthema und man könnte wirklich Stunden drüber sprechen und erklären. Daher erstmal ein kleiner Einschnitt, mal gucken wie das ankommt. Wenn du weitere Fragen hast oder Anregungen, schreib sie gerne unten rein in die Kommentare. Wenn ich noch ein weiteres Video zu irgendeinem Thema machen soll, auch unten rein in die Kommentare. Das wird mir auf jeden Fall extrem weiterhelfen. Solltest du Fragen zu Plankraft haben, kannst du auch die Jungs direkt anschreiben. Die helfen auch immer gerne weiter. Solltest du dir ein Thema absolut gar keine Ahnung haben, dann wende dich auch gerne an deine zuständige Handwerkskammer. Die helfen dir auch immer sehr gerne weiter. Das wäre auch gar kein Problem. Muss nur schauen, welche Handwerkskammer da für dich zuständig ist. Ansonsten hoffe ich dir das Video gefallen. Wenn ja, gerne Däumchen nach oben. Auch gerne Kommentare da lassen, wenn du keine Fragen hast. Das schubst den Algorithmus an und supportet mich extrem. Abo da lassen, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest und genug geredet. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.